Musik Unsere Reise führt uns diesmal in den Südosten von Brandenburg, in eine Region, die unter dem Begriff Spreewald weit über die Grenzen des Landes bekannt ist. Das bestimmende Element dieses Landstriches ist die Spree, die mit ihrem schier endlosen Geflecht aus kleineren und größeren Fliesen nicht nur die Landschaft prägt, sondern ein Paradies für Naturliebhaber und Freizeitsportler ist. Begleiten Sie uns auf Rad- und Paddeltouren, erkunden Sie mit uns faszinierende Zeugen vergangener Gesellschaftswohn- und Arbeitsräume und besuchen Sie mit uns die ehemalige Textil- und Energieindustrie-Stadt Cottbus, die gerade eine wunderbare Verwandlung zu einer touristischen Perle erfährt, mit zahlreichen naturnahen, kulturellen und kulinarischen Angeboten. Der Spreewald, eine großartige ostdeutsche Kulturlandschaft, die es zu entdecken gilt. Musik Das, meine Herrschaften, war meine Stadtführung für Sie.